Tom's Talk Time, Folge 486. Lebe so, dass du abends zufrieden einschlafen kannst. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich grüße dich heute aus dem sonnigen und glühen heißen Las Vegas hier in den USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich an die längste Theke der Welt, genauer gesagt nach Düsseldorf in der Alten Heimat. Bei mir im Interview ist heute der André Lionel Töne. André, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Tom, ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. André, bei dir freut es mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, denn du bist nämlich auch Podcast-Kollege und das finde ich natürlich immer besonders cool, wenn ich andere Podcaster auch bei mir in meinem Podcast als Gast habe. Und ich glaube, ich bin ja auch nicht so ganz unbeteiligt daran, dass du deinen Podcast gestartet hast, was ich natürlich auch nochmal richtig cool finde. Dein Podcast lautet The Good Life Show. Das heißt, da geht es um ein glückliches, schönes, cooles Leben, um einfach das Beste rauszumachen und ganz konkret über das Thema Mindset, wie du deine eigenen Gedanken richtig ausrichten kannst, damit du eben siehst, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist und was du eventuell auch tun kannst, wenn du vielleicht doch mal glaubst, das Glas sei halb leer. Und businessmäßig ist auch genau das so dein Hauptding. Du bist nämlich auch Coach und bei dir geht es auch um das Thema Mindset und wie du mit der Kraft deiner Gedanken deine Ziele erreichen kannst. Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Das ist völlig richtig. Ich danke dir vielmals für die Vorstellung. Und genau, du hast es angesprochen, also du bist wirklich nicht ganz unschuldig. Durch dich bin ich eigentlich zum Podcasting gekommen und durch deinen Kurs auch so gar nicht unerfolgreich mit dem, was ich bis jetzt mache. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Sehr gerne, sehr gerne. Also es freut mich immer wieder zu hören und danke auch für das Lob. Cool. André, das war natürlich auch nur ein kleiner Überblick über dich. Erzähl doch mal kurz was, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Privates. Wer ist der André als Privatperson und anschließend was über dein Business? Sehr gerne. Also man kann das vielleicht gar nicht genau trennen, Privat und Business. Also mein Name ist André Lionel Töne und ich bin, ich glaube, im Neudeutsch nennt man das Life Coach. Also mein Job ist es quasi, andere Menschen glücklicher, gesünder und ja auch irgendwo freier und entspannter zu machen. Ich sage immer, wenn ich mit Leuten zusammen arbeite, dann ist es mein Ziel, dass sie abends einfach zufriedener einschlafen können. Und meiner Überzeugung nach passiert das immer dann, wenn sie ihren eigenen Weg finden, wenn sie mehr über sich selbst erfahren und wenn sie einfach mehr darüber wissen, was sie antreibt, wo sie hinwollen und was sie wirklich glücklich macht. Und da ich das halt im Business mache, aber auch natürlich mich rund den ganzen Tag auch mit mir selbst damit beschäftige, mit meiner Frau damit beschäftige, bin ich auch verheiratet und habe zwei kleine Hundis. Deswegen passiert das im Prinzip rund um die Uhr 24-7 und da kann man das Ganze nicht so stark voneinander trennen. Und deswegen mache ich eben, genau, und deswegen mache ich das Ganze eben als der Name Programm von meinem Podcast, der geht also Good Life, ja, ein gutes Leben auf Deutsch. Und darum geht es im Prinzip bei mir und auch bei meinen Klienten. Okay, cool. Das heißt, du arbeitest dann ganz konkret auch so mit Glaubenssätzen oder diese Mindset-Sachen. Wie baust du das auf? Das ist also sehr komplex. Ich arbeite immer damit, was mir die Leute bringen. Die Ausgangssituation, also eine von meinen Stärken ist zum Beispiel eine große Menge an Empathie und auch die Fähigkeit, im Prinzip mit den richtigen Fragen zu arbeiten. Und ich weiß vorher gar nicht so genau, was kommt, ja, aber es kommt halt eigentlich immer irgendjemand, der nicht so ganz zufrieden ist mit der Situation. Und das äußert sich in verschiedenen Bereichen, ja, das kann sich in verschiedenen Teilen zeigen, das kann sich körperlich zeigen, also in körperlichen Schwierigkeiten, das kann sich an so typischen seelisch-geistigen Dingen liegen. Und man guckt eben einfach, wo ist es gerade, wo brennt es gerade. In unserer Gesellschaft kommen die meisten Leute zu mir, wenn es irgendwie vom Job her nicht ganz so funktioniert oder wenn es am Ende angelangt ist, also auch körperlich, weil man einfach viele Dinge, was ich starke Rückenschmerzen hat oder permanent begleitende, nacken Kopfschmerzen, ähnliches, wo man dann einfach sagt, hey, da ist irgendwas schon so sehr im Argen, schon vorab passiert, dass es sich schon körperlich zeigen muss. Und dann geht man halt ein paar Schritte zurück, guckt sich das Ganze an, wie man das Ganze so zurückführt, wieder dahin führt, dass der andere eben der Klient sagen kann, hey, mir geht es jetzt viel besser und ja, ich habe es jetzt geschafft, wieder glücklicher zu sein, zufriedener zu sein, mein Ding zu machen und, ja, ich sage es immer wieder, aber abends zufriedener einzuschlafen. Ja, das heißt, du hast gerade angesprochen, wenn jemand irgendwie, was ich, immer wieder Rückenschmerzen hat oder Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, das heißt, ich meine, von Kopfschmerzen leuchtet einer noch ein, das kann durch Stress und so weiter kommen, aber ganz klassische Rückenschmerzen, also was ich unterer Rücken, Brustwirbelsäule oder was auch immer, kann auch davon kommen, dass es dir einfach mental nicht gut geht? Ja, genau, also das sind alles Symptome, ich betrachte das Ganze immer sehr ganzheitlich und für gewöhnlich geht man ja jetzt auch nicht irgendwie zum Mentalcoach oder beziehungsweise sucht sich jemanden oder stolpert zu mir, wenn man jetzt einfach nur Rückenschmerzen hat, da geht man meistens zu einem Physiotherapeuten oder zum Arzt oder keine Ahnung, aber gerade dann, wenn das Ganze eingebettet ist in viele andere Dinge, ja, die dann im Prinzip, die alle darauf hinweisen, also was, sage ich mal, irgendwie wiederkehrende chronische Probleme, wiederkehrende Schmerzen, Dinge, die alle darauf hindeuten, dass irgendwas in deinem Leben aktuell überhaupt nicht richtig läuft und es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, der sagt so, die Seele zum Körper sagt, du ist ihm, auf mich hört er nicht, ja, und das ist im Prinzip so dieser Ausdruck davon, dass man häufig mehr hinter verschiedenen körperlichen Symptomen hat oder versteckt hat, als man vielleicht erst mal augenscheinlich merkt oder weiß und, ja, die meisten, die zu mir kommen, haben sich über solche Gedanken, haben sich solche Gedanken natürlich irgendwann schon mal gemacht und wissen schon so ein bisschen, dass es solche Zusammenhänge gibt, wissen aber halt nicht ganz genau, wo sie hingucken sollen, um im Prinzip wieder zurückzukommen dahin, wo sie eigentlich möchten, nämlich glücklicher zu sein, gesünder zu sein, sich frei zu fühlen, ja, auch körperlich wieder gut zu fühlen, ja, und dann arbeitet man eben an verschiedenen Baustellen, ne. Wenn, du hast jetzt gerade diesen Spruch mit der Seele, kannst du nochmal kurz sagen, wie der war, den fand ich ziemlich cool? Genau, der sagt, die Seele zum Körper, sag du ist ihm, auf mich hört er nicht. Aha, also ich finde den Spruch ziemlich geil, aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn dir jetzt jemand sagt von wegen, boah André, das hört sich aber jetzt ganz schön nach esoterischem Kitsch an, was du mir da gerade erzählen willst, kommt sowas mal, wenn ja, was, wie reagierst du darauf? Ja, das ist natürlich auch sehr weit fortgeschritten, ne, also wir sind ja schon sehr tief im Thema quasi, wenn ich solche Zusammenhänge herstelle, wie zum Beispiel, dass es körperliche Ausdrücke von seelisch-geistigen Mustern gibt, ja, also das ist natürlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten, im Normalfall guckt man einfach nur, wo steht die Person gerade, ne, und was ist gerade momentan dein Hauptproblem? Und viele sagen so, okay, ich weiß gerade nicht, wie ich mich ausrichten soll, ich weiß nicht genau, wie ich eigentlich zu meiner Intuition kommen soll, wie ich zu meiner inneren Stimme komme, wie ich im Prinzip jetzt weitermachen soll, auch berufliche solche Entscheidungen zu treffen, wie komme ich eigentlich dahin, wo ich eigentlich hin möchte oder wo möchte ich eigentlich hin, ja, und denen fehlt so ein bisschen dieser innere Kompass. Und dann ist es im Prinzip darauf zu hören, was der Körper sagt, ein Aspekt davon. Andere Dinge sind zum Beispiel, dass man sagt, wie fühle ich mich in so einer Situation, wie fühle ich mich mit dem, was weiß ich, Jobangebot oder, und solche Sachen gehen aber auch verschüttet, weil, naja, diese Intuition zu folgen, das ist etwas, was ja auch viele verlernt haben im Laufe ihres Lebens, weil wir halt sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen haben gegen unsere Intuition für scheinbare Sicherheit, ja, oder verschiedene andere Sachen kennt bestimmt der eine oder andere Hörer auch, ja, wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt hier für einen Job entschieden, der nicht so ganz meins ist, ja, aber dafür ist er ja sicher. Und das hat immer, das hat einfach bestimmte Folgen, ja, das heißt nicht, dass nur, weil ich jetzt zum Beispiel einen Job mache, der mir nicht so gut gefällt, dass ich immer Rückenschmerzen haben muss, das ist nicht zu irgendein der Fall, aber man kann diese Gedankenkette mal so ein bisschen folgen, ja, man sagt zum Beispiel, okay, man geht schon eher so ein bisschen, nicht so ganz so, hängt so ein bisschen in den Seilen, wie man sagt, ja, statt aufrecht und stolz rauszugehen, fährt dann auch viel im Auto, weil man muss ja irgendwie eine Stunde fast zur Arbeit, sitzt also sehr viel, sitzt dann wieder acht Stunden, obwohl man eigentlich jemand ist, der früher unglaublich gerne Sport gemacht hat, ja, sitzt dann wieder eine Stunde im Auto und fährt dann wieder nach Hause, so. Und wenn man dann im Prinzip einfach aufgrund der permanenten Sitzhaltung verkürzte Bänder und Sehnen hat, ja, dann ist der Ausdruck der Rückenschmerzen gar nicht so esoterisch, sondern eben kommt eben aus dem Hauptgrund des Lebenswandels, ne. Und das sind solche Herleitungen, die ich dann auch machen kann, aber ich sehe halt auch häufig einen direkten Zusammenhang, weil die, wenn die Leute sich anfangen, auf den Weg zu begeben, mehr zu sich selbst, mehr zu einem glücklichen und gesunden Leben, was eben für sie dafür steht, ja, dann lösen sich plötzlich auch körperliche Themen und das geht viel schneller, als es eigentlich theoretisch gehen dürfte, verstehst du? Und dann neigt man schon mal so zu sagen, dass da vielleicht so ein bisschen was Esoterisches noch mit dabei sein kann. Aber bin ich auch kein Fan, dass das jetzt zu sehr in die Richtung zu schieben, sondern ich bin da eher pragmatisch und ich bin ein großer Fan vom Bereich der Hirnforschung und der Glücksforschung und dem, was im Prinzip unser Hirn braucht, ja. Und ich bin immer der Überzeugung, dass wir halt keine Bedienungsanleitung für unser Gehirn mitbekommen haben und wir einfach bestimmte Dinge, also gegen ein paar grundlegende Sachen verstoßen und deswegen bestimmte körperliche Schwierigkeiten kommen, bestimmte seelisch-geistige Probleme kommen, einfach weil wir nicht wissen, wie man eigentlich richtig mit dem Ding da oben im Kopf umgeht. Und dabei helfe ich halt, um im Prinzip dieses Grundziel eines glücklichen Lebens leichter und schneller zu erreichen. Ja, wobei selbst wenn wir eine Bedienungsanleitung hätten, ich meine, ein Deutscher liest keine Bedienungsanleitung. Ich meine, dafür sind wir, glaube ich, ziemlich bekannt. Ja, und dann ist er auch noch Verstehen. Verstehen und Anwenden sind ja auch nochmal zwei Sachen. Nur weil ich jetzt die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden habe, weiß ich ja immer noch nicht, wie ich sie genau anwenden muss. Liest du Bedienungsanleitungen? Wenn du irgendwie ein neues Gerät, irgendwie, keine Ahnung, Fernseher, DVD oder irgendwas liest, Ja, das ist jetzt gut, also Fernseher, DVD, ne? Also ich bin ja Generation YouTube. Ich schmeiße halt einfach immer ein YouTube-Video an, ne? Genau. Oder ich frage Leute. Ja, oder wenn du dir ein Handy holst oder whatever, keine Ahnung. Also holst du, bei allen technischen Geräten gibt es ja Bedienungsanleitungen dazu. Oder wenn du ein neues Auto kriegst oder so, liest du dir sowas durch oder setzt dich einfach rein und sagst, weißt, wo das Gaspedal ist? Also ich habe mir jetzt ja das Zoom zum Beispiel geholt, ne? Das H2N. Und die erste versuche ich immer selber. Und dann merke ich, dass es katastrophal ist. Und dann mache ich eigentlich, was ich auch immer wieder empfehlen kann. Ich frage jemanden, der sich damit auskennt. Und, ne? Also ich meine, das machen wir ja alle. Wir bauen ja auch nicht irgendwie am Auto rum und sagen so, ja, kann nicht grob selber. Ich mache mal Motor auf und irgendwie läuft es nicht so, ne? Also man fährt ja in die Werkstatt. Und das ist halt auch immer so ganz witzig, dieses, ne? Also ich mache es halt einfach einen guten Freund, der ist Tontechniker, wenn es um tontechnische Sachen geht. Ich habe aber eigentlich ein gutes Netzwerk, ne? Also wenn ich irgendwas brauche, dann irgendjemand kennt sich einfach immer besser aus als ich. Und, ja, das empfehle ich halt auch immer meinen Klienten, ne? Wenn sie sich halt mit einem guten Leben auseinandersetzen wollen, dass sie sich vielleicht auch irgendwie jemanden holen, der sich damit auskennt. Und, ja, genau so macht man das ja auch im Normalfall. Man holt sich Trainer oder eben Coaches in allen möglichen Bereichen, weil man es einfach selber, weil man sagt, okay, die kennen sich da vielleicht ein bisschen besser aus. Und das tue ich dann auch. Und es geht halt einfach auch leichter und bequemer, als eine Bedienungsanleitung zu nehmen, wo man noch nicht genau weiß, okay, muss ich das ganze Buch jetzt extra durchlesen, nur weil ich wissen will, wie das und das geht? Oder frage ich halt jemanden, wo ich weiß, der hat das Telefon, der hat das Auto oder was auch immer. Oder kennt sich eben dort aus und sagt, ey, André, warte mal, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Und dann geht es in der Regel schneller, als wenn ich mir hier die ganze Bedienungsanleitung schnappe. Genau, also das ist nach Pareto, nach diesem berühmten Prinzip, das du auch wieder in deiner Podcast-Show immer einbringst, einfach das Schnellste. Du guckst einfach, wer hat schon erreicht, was du erreichen möchtest. Also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass ich dich mal nach deinen Zoom-Einstellungen, also das ist ein Aufnahmegerät für alle, die es nicht kennen, also frage, weil es gibt halt, das macht halt Qualitätsunterschiede, je nachdem, wie man es einstellt. Und du machst ja schon genau das, was ich möchte. Du podcastest erfolgreich damit, ja. Und das ist halt genau, dann frage ich jetzt auch nicht jemanden, der damit zum Beispiel Gitarrenaufnahmen macht. Also das ist halt so die schnellste Abkürzung nach Pareto, die ich kenne. Ja, 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 wobei du wirst lachen, es gibt, sowas ist mir aber tatsächlich schon vorgekommen, dass Leute wirklich auch andere gefragt haben. Also Beispiel hatte jemand bei uns in der Gruppe vom Kurs, hat er eine Frage gestellt zu irgendwelchen Einstellungen oder sowas. Und da habe ich geschrieben, okay, so und so stelle ich das Ding ein. Und dann hat ein anderer Teilnehmer geschrieben, der noch gar keinen Podcast hat. Ja, ich würde das aber besser so und so machen. Und der hat auch gute Argumente dafür, das ist halt immer das Schöne. Und das ist auch vielleicht das Verwirrende, das ist vielleicht wirklich massiv das Verwirrende, was immer wieder auch passiert, warum wir sagen, hey, ich habe doch eigentlich, haben wir alle dasselbe Ziel. Also grundlegend ist es so, unser Großhirn hat ein und dasselbe Ziel. Also sagen wir es mal so, es gibt ein Hauptproblem bei uns Menschen. Wir haben ein Großhirn und ein Emotionalgehirn und die haben unterschiedliche Ziele. Deswegen gibt es so viele Schwierigkeiten auf der Welt, um das etwas runterzubrechen. Auf jeden Fall haben wir alle dieses, das Großhirn hat immer das Ziel, glückliche Gefühle zu erleben, das Glücksgefühle zu haben. Das Emotionalgehirn hat das Ziel, unser Überleben zu sichern. Das kann immer mal zu Schwierigkeiten kommen. Und jedenfalls könnte man ja jetzt sagen, okay, wenn wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich zum Beispiel ein glückliches Leben zu führen, dann müssten wir ja mittlerweile so innerhalb der letzten, weiß ich nicht, sechs bis achttausend oder zehntausend Jahre Menschheitsgeschichte oder mehr, vielleicht auch hunderttausend, müssten wir doch irgendwie geschafft haben, dieses Ziel zu erreichen, wenn das doch immer nur das Hauptziel von uns ist. Aber dem ist nicht so. Und das liegt zum Beispiel daran, dass es macht ja immer viel Sinn. Unser Großhirn ist ja so eine Art Computer, der Dinge für uns, also unsere Ration, die lässt uns Sachen erklären. Und dann jemand, wie du das jetzt erklärt hast, der kommt und sagt, hey, aber theoretisch müsste die Einstellung für ein technisches Gerät doch so viel besser sein. Und dann ist das logisch. Dann ist das auch streckenweise überzeugend. Obwohl jemand anderes es anders vorlebt und sagt, man müsste es ja eigentlich nur kopieren, weil der macht ja schon genau das, was ich haben möchte, ist aber dieses andere auch so verlockend, dass man das doch auch mal ausprobieren könnte. Und so geht es uns häufig ja auch im Leben, wenn wir also quasi einfach irgendwas jemandem zu nehmen, zu sagen, hey, ich setze konsequent um, was irgendjemand erreicht hat schon und wird da genauso. So eine Blaupause für Erfolg, zum Beispiel auch ein Business oder so eine Blaupause für ein glückliches Leben. Aber das sind wir dann auch nicht. Wir sind dann Menschen, die dann eben auch ein bisschen mehr nach links und rechts schauen, selber ausprobieren wollen oder eben auch mal so einem Theoretiker folgen. Oder so. Ja, genau. André, stell dir mal vor, du wärst jetzt auf einer Speed-Network-Party und keiner kennt dich und dein Business und du hättest jetzt einfach nur 10 Sekunden Zeit, dein Business den Teilnehmern vorzustellen. Was sagst du? Was ich dann sage, dann sage ich, mein Name ist André Leon der Töne, mein Job ist es, dich glücklicher und zufriedener zu machen und ich möchte, dass du abends zufrieden einschlafen kannst. Okay. Wie sind bei sowas Reaktionen oder hast du bei sowas schon mal konkret diesen Satz gesagt und schon mal Reaktionen drauf erhalten? Ja, also es kommt immer darauf an. Normalerweise gucke ich, in welchem Kontext stehe ich gerade. Ja, also wenn ich jetzt auf einer Ärzteparty bin, dann benutze ich das irgendwie ein bisschen anders, als wenn ich jetzt quasi so, was ich bei einem Marketingtreffen bin oder wo auch immer. Es ist ja auch ein bisschen kontextabhängig. Das heißt, jetzt habe ich mich extrem breit aufgestellt und normalerweise gucke ich halt im Prinzip, wo ist der größte Need der Leute, die ich gerade sehe. Also wenn ich dann so sehe, oh okay, jetzt bin ich gerade bei Leuten, die mehr wissen wollen, wie man, ja, keine Ahnung, wie man zum Beispiel Schlafstörungen beheben kann oder so, dann sagt man halt mehr so in die Richtung, ich beschäftige mich eben schon seit vielen Jahren damit, wie man halt besser schlafen kann oder man ist eben einfach im, kommt immer ein bisschen kontextabhängig. Und eins passiert halt immer, die Leute sind halt neugierig und ich versuche immer eins ganz wichtig zu machen, kann ich auch immer nur empfehlen, möglichst wenig selbst da zu reden, in dem Fall ist eine Ausnahme, ist ja Podcast, kann ich nicht so, aber möglichst viel zu gucken, wo der andere steht und zu fragen, wo kann ich dir helfen, mit dieser Grundfrage quasi ranzugehen. Und dementsprechend ist dann immer die Vorstellung. Ja, okay, das ist cool. Und das ist auch wirklich wichtig, was du gesagt hast, dieses Gucken, wo ist der Bedarf beim Kunden, dass man halt nicht irgendwas raushaut, so einen Standardsatz hat, sondern es wirklich immer guckt, okay, man hat zwar so eine Art Textbaustein, so im Groben, aber dass man den dementsprechend anpassen kann, sowas finde ich auch unheimlich wichtig. Genau. Jetzt gibt es ja bei Unternehmern oder bei Unternehmen generell oder Selbstständigen immer mal wieder Produkte oder Dienstleistungen, welche lukrativer sind als andere. Wie ist das jetzt bei dir? Womit verdienst du jetzt ganz konkret dein Geld und was macht bei diesen verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen den größten Anteil aus? Also ich darf mich ja mittlerweile Unternehmer nennen, weil ich an verschiedenen Unternehmen beteiligt bin, also verschiedene Sachen mache, aber mein Hauptbereich ist aktuell der Coaching-Part und dort sind es Hochpreis-Coachings. Also ich biete Dienstleistungspakete zwischen 5.000 und 15.000 Euro an und solche Sachen funktionieren natürlich nur, weil du nicht auf Stundenlohnbasis arbeitest, sondern weil du mit Ergebnissen arbeitest. Und das ist halt auch so eine Sache. Bei mir ist es so, ich gucke halt besonders intensiv, wo ist jemand, wo steht er, wo möchte er hin und wo ist es für ihn eine Win-Situation, dass er sagt, das Geld, was ich reingesteckt habe, kriege ich, naja, Minimum doppelt oder dreifach oder an Lebensqualität halt quasi unbezahlbar wieder raus und das macht im Prinzip den größten Anteil aus. Auf meiner Seite. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das heißt, der größte Anteil kommt jetzt praktisch über diese Coaching-Pakete? Genau. Also du wolltest da aus dem größten Anteil fragen, genau. Also der größte Anteil sind Hochpreis-Coachings, also vom verschiedenen Geldberg ausgehend. Und dann habe ich halt noch verschiedene andere Aspekte, an denen ich beteiligt bin, wo Beteiligungen fließen, wo man dieses viel berühmte Passiveinkommen hat. Ich habe auch noch Online-Kurse, also verschiedene andere Sachen. Aber du hast jetzt nach dem Hauptpart gefragt und wie der quasi sich auslebt und das ist im Prinzip immer noch so eine persönliche Betreuung, die teilweise automatisiert ist, aber eben auch sehr viel persönlich und das ist der Hauptpart. Genau. Was ich jetzt super interessant fand, ist, dass du da wirklich das ganz konkret, das Kind beim Namen genannt hast und gesagt hast, Hochpreis-Tickets oder Hochpreis-Coaching und hier sprichst von 5.000 bis 15.000 Euro. Genau. Jetzt gibt es ja doch viele, ich meine, es gibt ja doch mehr als einen Coach da draußen und die Masse der Coaches, sage ich jetzt mal ganz frech, sind finanziell nicht wirklich erfolgreich, sondern wären zwar gerne erfolgreich, haben sicherlich auch ein Top-Wissen, aber kriegen ihre PS einfach nicht auf der Straße und versuchen dann teilweise mit Dumping-Preisen oder mit irgendwelchen Stundensätzen von, was weiß ich, 10, 20, 30, 50 Euro oder sowas über die Runden zu kommen. Und jetzt wirfst du so einen Satz rein mit 5.000 bis 15.000 Euro für ein Paket, wo sich wahrscheinlich der ein oder andere Coach gleich sagt, oh, what the fuck, wie macht der denn das? Wie kriegst du so Hochpreis-Dinger an den Mann? Beziehungsweise wie kriegst du diese Kunden her, die a, das Geld haben, solche Dienstleistungen der Preisklasse zu bezahlen und b, natürlich auch die Notwendigkeit sehen, dieses Paket eben bei dir zu kaufen. Es geht, also das Erste und Entscheidendste, was ich gelernt habe auf dem Weg ist, dass man verschiedene eigene Mindset-Arbeit angeht. Also wenn du jetzt gerade, das, was du gebracht hast, ist genau das Hauptthema, dass viele Menschen oder viele Coaches, viele Kollegen natürlich immer noch versuchen, mit Stundenlöhnen zu arbeiten. Und du arbeitest natürlich dann damit, mit diesem Grundidee, dass du einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen kannst. War bei mir ja auch nicht anders viele Jahre. Wobei ich einfach immer schon relativ viel Geld genommen habe. Also ich glaube, also relativ viel. Ich habe schon während des Studiums mit Stundenlöhnen zwischen 80 und 100 Euro gearbeitet. Einfach weil damals schon, genau, ich hatte damals Physiotherapie gelernt und habe dann angefangen, Sachen miteinander zu verbinden. Also die Leute kamen häufig über einen, also ich erkläre mal, wie es damals schon war und warum das heute einfach im Prinzip nur noch, dasselbe ist, nur noch ein bisschen höher. Also damals war ich im Bereich, habe ich parallel zu meinem Studium im Prinzip etwas finanzieren wollen und habe dann geguckt, okay, wie bekomme ich da zahlungskräftige Leute, also Patienten und bin dann relativ schnell auf Privatpatienten gekommen. Weil das konnte ich im Prinzip nebenbei machen, das konnte ich abrechnen noch, weil ich ja den Physiotherapeuten gelernt habe und das sich nicht überschnitten hat. Und dann hatte ich noch ein großes Problem und zwar habe ich ja Vollzeit studiert und musste irgendwie ja schauen, dass ich das Ganze hinbekomme zeitlich. Das heißt, ich musste ja, ich konnte jetzt gar nicht anfangen mit 20 Euro oder so, weil die Zeit hätte ich gar nicht gehabt, um dieselbe Menge an Geld einzunehmen. Das heißt, man war auch irgendwo beschränkt zeitlich. Also habe ich geguckt, okay, wo sind jetzt die Leute, die wirklich finanzkräftig sind? Und das sind Privatpatienten gewesen. Das ist ja auch kein Geheimnis im Bereich der Physiotherapeuten zum Beispiel. Und dann habe ich gemerkt, okay, diese Privatpatienten, die habe ich erst über Art, also erst habe ich in der Praxis gearbeitet und hatte dort mit verschiedenen Leuten Kontakt, auch noch keine Privatpatienten und habe dann geguckt, dass ich immer mehr die Privatpatienten habe. So bei den Privatpatienten habe ich dann versucht, die längerfristig zu behandeln. Das war ja auch nicht schwer, weil die meisten Menschen haben verschiedene Baustellen. Und dann habe ich angefangen, noch on top Sachen zu verkaufen. Das war so der Einstieg in meine Online-Marketing-Karriere. Und dann habe ich nämlich Dinge einfach immer, die sind dann gegangen und dann habe ich gesagt, hey, ich habe auch noch Sachen, wie sie im Alltag zum Beispiel besser sitzen können. Das war dann ein großes Thema. Die haben gesagt, okay, ich bin jetzt bei Ihnen, da geht es mir gut und dann ist das aber nach zwei Tagen wieder weg. So, dann habe ich da angefangen und habe denen das geschickt. Am Anfang noch so ein PDF und einfach so. Und dann haben die gesagt, hey, kann ich das bezahlen und so weiter. Das war so der Einstieg. Da haben wir so 15 Euro für bekommen. Und dann habe ich angefangen, das Ganze ein bisschen größer zu machen. Habe dann so eine Art Kurs gemacht. Erstmal so ein größeres PDF und so weiter und so fort. Und habe da schon im Bereich Online-Marketing angefangen. Mit damals noch unterschreiben, ob ich wirklich eine E-Mail schicken darf und so was. Das waren noch Listen. Genau, das war schon echt witzig. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, die sind ja bereit, Sachen zu bezahlen. Es ist halt immer eine Frage, wie hoch der Need ist. Und der Trust, also wenn man so schon sagt, der Vertrauen war ja schon da. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist das so eine Art Funnel. Und das mache ich heute auch noch. Also ich habe damals, habe ich die abgeholt am Anfang, habe gesagt, ich fange jetzt mit einer kleineren Dienstleistung an oder mit einem kleineren Produkt ist das ja. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich das gut gemacht? Habe ich dein Problem gut gelöst? Ja, fand ich super. Also das war, also ich war echt gut. Ich habe jetzt den Leuten mit Sachen geholfen, dann die 10, 15, 20 Jahre mit Schmerzen wirklich verbracht oder irgendwie immer wieder an der Stelle. Genau. Aber ich habe mich halt einfach in meiner Ausbildung immer auf Dinge konzentriert oder selber in meiner Weiterbildung auf Sachen konzentriert, die wirklich effektiv sind und gut helfen. Also mit verschiedenen Tools, sei es jetzt körperlich oder eben Mindset-mäßig. und die den Leuten wirklich echt quasi einen Boost gegeben haben und die die Veränderung wirklich gespürt haben. Also ich habe mich im Prinzip auf ihre Schmerzpunkte gesetzt, wenn man so schon will und dann habe ich geguckt, dass ich die auch wirklich effektiv löse. Und das war, das war das, was ich einfach ausgebaut habe nach und nach. Und dann habe ich, das Ganze mache ich heute eben auch noch. Ich hole die Leute ab mit dem hohen Schmerzpunkt, zum Beispiel, dass sie eben einfach sich unglaublich viel Gedanken machen, dass sie einfach sagen, ich mache mir immer wieder Sorgen und dass sie sie einfach nicht abschalten können, dass sie ein Gedankenrat haben, dass sie halt viel weniger zum Schlafen kommen, weil sie sich so viel Gedanken machen und so weiter und so fort. Ich hole sie das Ganze ab, löse das Ganze relativ schnell und sage dann so, hey, das war doch cool, oder? Hast du nicht noch andere Sachen? Nehme ich vielleicht das, das und das, weil ich kenne ja meine Kunden mittlerweile. Sag denen einfach ein paar größere Punkte und dann sagen die, ja, habe ich. Und dann sage ich, hey, wie wäre es denn, wenn ich dir das Ganze wirklich lösen könnte? Klingt das halt spannend für dich? Und dann sagen die, ja, und dann sage ich, okay, was wäre dir das Ganze wert? Das ist unbezahlbar, ne, zum Beispiel 25, weiß ich nicht, keine Ahnung, schweiß da eine große Zahl in den Raum und dann sagen die, ja, das wäre das schon wert, ne, also, aber kann ich ja nicht und dann sage ich, ja klar, ist ja kein Problem, aber irgendwas da drunter und dann sagen die, ja, das auf jeden Fall und, ja, dann hat dadurch, dass ich mich halt auf Klienten konzentriere, die im Prinzip diese Sache noch in der Lage sind zu bezahlen, ist das Ganze dann gar nicht mehr so weit weg. So, das ist vielleicht so der kurze Funnel. Also, das heißt der, der Trick bei der Kampagne Also, wie kommt man dazu, genau, um das zurückzuführen, wie kommt man dazu, konzentrier dich auf die Menschen, die auch wirklich in der Lage sind, ne, also beim Übertragen zum Beispiel Privatpatienten, die, die das eben im Prinzip auch bereit sind für Dienstleistungen bezahlen oder eben Unternehmer, Menschen, die sagen, okay, mir ist mein, mein Lebensqualität einfach super, super wichtig und ich bin auch bereit für Coaches und für solche Leute Geld zu bezahlen, ja, die sind das auch gewöhnt, biete halt eine kleine Dienstleistung an, zeig, dass du gut bist in dem, was du machst und erhöhe dann sukzessiv das, was du im Prinzip an Paketen hast, bis hin zu solchen utopischen Preisen für manche Leute vielleicht, ja. Ja, also es sind definitiv für einige utopische Preise, die sich nie vorstellen könnten, für so einen Preis ein Paket zu verkaufen. Genau. Also das, das glaube ich durchaus, okay. Also die, der Geheimtipp ist im Endeffekt dabei oder der Trick ist, nicht ein Paket anzubieten, dafür einen Preis zu entwickeln, sondern erstmal zu schauen, okay, wo ist kaufkräftiges Klientel, wo will ich hin und dann im Endeffekt genau dieses Klientel auch ansprechen, anstatt finanziell schwaches Klientel. Ja, genau. Also jetzt kann man ja fragen, wie man das ausheben kann und dafür gibt es ja großartige Möglichkeiten im Online-Marketing, dass du halt im Prinzip einfach bestimmte Leute ansprichst, am Anfang mit einer, wie gesagt, recht preisgünstigen Dienstleistungen, Vertrauen aufbaust, also die automatisiert auch passieren kann und dass du dann erst nach und nach die Leute anrufst, telefonierst mit ihnen und so weiter, die sich halt durch verschiedene Bereiche qualifizieren. Da gibt es auch Kollegen, die sich genau darauf spezialisiert haben, im Prinzip genau Leuten im Bereich Online-Marketing damit zu helfen, da arbeitet man mit verschiedenen Formularen und so weiter. Bei mir ist das ein bisschen anders, weil es bei mir halt organisch gewachsen ist, aber bei denen, also es gibt halt die Möglichkeit da auch quasi völlig aus dem Kalten zu arbeiten, das machen auch ja quasi Marketing-Kollegen von mir, die sich einfach nur darauf konzentrieren. Hochpreis-Funnel aufzubauen nennt man das ja heute, neudeutsch. Genau. Wenn wir jetzt über solche Preise auch reden, eben für solche Pakete, kommen mich natürlich gleich auf das Thema Geld zu sprechen und einfach die Frage an dich, wie wichtig ist Geld für dich? Wir reden ja darüber, was einen glücklich macht und so weiter. Macht Geld dich glücklich, André? Da gab es ein schönes Zitat, das ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, das war so ungefähr so. Geld hilft glücklichen Menschen, das Leben zu leben, was sie leben wollen. Irgendwie so war das. Und das fand ich ganz schön, weil das beinhaltet im Prinzip, dass Geld kein Hilfsmittel ist, um glücklich, also nicht direkt, sagen wir es mal so, die Abwesenheit von Geld führt relativ stark zu unglücklich sein. Die Anwesenheit von Geld aber nicht zwingt dazu, glücklich zu werden. Man kümmert sich einfach unglaublich viel darum, wenn man es nicht hat, aber wenn man es hat, dann ist es halt auch ein weiterer belastender Faktor, wenn man nicht genau damit gut umgehen kann. Ich denke, es ist halt so, wie viele Sachen eben auch, der richtige Umgang damit zu lernen, ist ganz entscheidend. Es macht aber nicht per se glücklich. Und dich persönlich? Mich persönlich macht es zufriedener, macht mich glücklicher, weil ich einfach dadurch weiß, ich kann mir bestimmte Sachen leisten, ich kann mir Sachen finanzieren, ich kann in andere Projekte wieder meine Zeit und Energie stecken und ich bin im Prinzip in der Lage dazu, mich wieder mehr selbst zu leben, mehr selbst Sachen zu machen, die mir Freude machen. Ich darf zum Beispiel im Winter auch mal dem kalten Deutschland entfliehen, das sind alles so Sachen, die mich alle, also quasi das Vehikel dahin, das, was ich damit mache, das, was ich mit dem Geld, wenn man das so als Energie sieht, also das, was ich damit mit dieser Sache machen kann, das macht mich glücklich. Also Geld rockt. Geld ist geil, genau. Okay, sind wir wieder beisammen. Gut. Wenn wir jetzt über Geld und über Glücklichsein reden und so weiter und das Ganze mit Unternehmer und Freiheit und im kalten Winter von Deutschland entfliehen, ab in die Sonne und nur geiles Leben, stellt sich mir natürlich auch wieder die Frage, war das bei dir schon immer so? Weil ich meine, jeder hat ja mal im Leben mal, oder ich denke mal fast jeder hat ja mal im Leben mal so einen Moment, wo man sich denkt so von wegen, oh scheiße, was kommt denn noch alles, wo man so richtig runtergeknüppelt wird und darüber möchte ich mit dir kurz sprechen. Was war denn so dein schlimmster Moment, den du bisher so als Unternehmer oder auch privat erlebt hast für dich? Das ist eine interessante Frage. Ich sage meinen Klienten häufig das, womit du dich beschäftigst, das, was du mehr machst, das wird stärker und ich beschäftige mich ehrlich gesagt selten mit der Frage, was meine schlechtesten und schlimmsten Momente waren. Also ich kann dir irgendwas so was Lustiges erzählen, also immer wenn es Richtung Ende des Jahres geht, musst du ja die Steuern machen und als Unternehmer und das ist immer so eine Sache, das macht mir gar nicht viel Spaß, weil ich immer so denke, irgendwas habe ich bestimmt wieder angestellt und die beschweren sich dann darüber, dass sich wieder irgendwas fehlt und das Finanzamt. Da kriege ich auch immer Stress, muss ich sagen, also so ein bisschen Behördenstress habe ich da immer. Ich habe auch jedes Mal Stress, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, mit der Firma was ändern müssen, wenn wir zum Notar müssen, wenn wir Behördengänge machen müssen. Das ist für mich echt unangenehm. Ich weiß auch nicht, aber das erinnert mich vielleicht so sehr an das Leben, was ich hatte, bevor ich mich verhältnismäßig frei heute ausleben darf. Also das sind immer so Momente, die tatsächlich, die mich tatsächlich in meinem Unternehmerleben immer mal so ein bisschen runterziehen. Aber das ist echt immer noch machbar. Und wenn du jetzt so eine richtige Tiefschlag-Story suchst, also nicht wirklich. Natürlich gab es Momente, wo du halt nicht wusstest, wie du die Miete zahlen musst. Ich glaube, das geht, also ich kenne kaum einen Unternehmer, bei dem das nicht so ist. Und das sind natürlich immer so Sachen wie, geht es irgendwie weiter? Aber ich konnte mich ja immer auf was Solides verlassen. Ich konnte ja notfalls immer noch meine physiotherapeutischen Fähigkeiten machen. Da brauche ich ja nur zwei Hände. Und irgendwo müssen die Leute liegen können oder sitzen. Oder genau, die können bei mir sogar sitzen oder stehen, je nachdem, welche Technik ich benutze, um ihnen zu helfen. Das heißt, ich hatte ja immer irgendwas, wo ich wüsste, okay, es geht halt notfalls weiter. Und dieses Gefühl, halt auch nicht genau zu wissen, wie kriegst du die Miete rein, hat dich aber auch wiederum gepusht. Also so geht es mir zumindest immer, dass ich gesagt habe, mir geht es auf jeden Fall besser damit, wenn ich nochmal, wenn ich nochmal 200% gebe und auch nochmal richtig, richtig reingehe und dadurch das Gefühl habe, ich habe wirklich alles gegeben. Und das ist auch so dieses Rücken-an-die-Wand-Prinzip, was ich bei vielen Unternehmern und Freunden immer mitbekomme, du hast halt keinen Plan B. Du gibst halt wirklich Vollgas und du weißt, wenn Plan A nicht funktioniert, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Aber das ist eben auch eine super Form, um wirklich dann weiterzumachen. Also das vielleicht nochmal so zu der Frage, gab es schlechte Momente? Gab es, die haben aber mehr vorangetrieben. Ja. Okay. Na gut, das ist ja eben das Entscheidende, dass man aus solchen Momenten, die es immer mal wieder gibt, wie du auch gesagt hast, jeder Unternehmer hat mal irgendwie auch einen Scheißmoment, wo es auch finanziell vielleicht mal nicht so gut lief oder so. Aber das ist halt nur die Frage, was lerne ich aus solchen Momenten? Und wo es mir jetzt auch nicht so darum geht, dass man den Fokus drauf setzt auf schlechte und sich dann womöglich noch mitleidet oder so, sondern einfach sagt, okay, das ist scheiße gelaufen, ich analysiere die Situation und das sind meine Learnings, die ich daraus mitnehme, damit mir das eben nicht nochmal passieren kann. Ja, genau. Oder die wahrscheinlich als es aufgering ist, dass mir sowas nochmal passiert. Genau, genau. Wir sind ja als Menschen in der Regel immer so auf der Suche nach dem, was uns so wirklich antreibt, wo wir sagen, hey, das will ich unbedingt tun oder das will ich vielleicht auch nicht tun. Aber das Ziel für den meisten ist ja, glücklich zu sein, wie du selber ja auch jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Aber oft wird es ja auch verknüpft von dem, ja, was kann ich denn tun, damit ich wirklich glücklich bin? So Stichwort Leidenschaft. Was, oder besser gesagt, wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Also eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch das, was ich eigentlich den ganzen Tag im Prinzip immer noch mache, weil ich glaube, das ist ein Prozess, ja. Dass man halt seine Sache findet, dass man etwas findet, was der eigenen Fähigkeit, den eigenen Fertigkeiten, den eigenen Neigungen, Werten und so weiter entspricht und das täglich machen darf. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Deswegen finde ich es cool, dass du die Frage stellst. Ich denke, das ist der entscheidende Motor, ja, für uns, dass wir wirklich Dinge erfolgreich umsetzen können. Deswegen würde ich da auch immer viel Zeit und Energie reinsetzen, täglich oder generell. Und ja, wie ich es gemacht habe, ist eigentlich genau das, was ich halt auch mit meinen Klienten mache. Ich schaue halt immer, wer sind diese Menschen? Was macht sie aus? Und so ist es bei mir auch. Wer bin ich? Was macht mich aus? Beschäftige ich mich freiwillig? Womit beschäftige ich mich, wenn ich jetzt viel Freizeit habe? Über was rede ich gerne? Wenn ich alles erledigt habe, ja, am Tag, was mache ich dann freiwillig? Ja, womit? Also, und dann kann man jetzt sagen, keine Ahnung, dann gucke ich viel YouTube und schaue mir dort irgendwie Gesangsvideos an. Ja, gut, dann weiß man zumindest, dass man viel Freude beim Aufnehmen von Gesang hat, ja. Also solche Sachen. Und dann mit sowas beschäftige ich mich dann eben auch und beobachte das, sehe mich im Kontext mit anderen Menschen, auf welche Dinge lege ich Wert, über was spreche ich und so weiter. Und das hat mir geholfen, meine eigene Leidenschaft zu finden und so gehe ich eigentlich auch immer gerne mit Klienten vor, um zu gucken, wenn sie es noch nicht gefunden haben, was eigentlich ihrer eigenen Leidenschaft entspricht und wo sie dann auch mehr Zeit und Energie reinsetzen sollten. Und dazu zählt eben auch immer die Sache, was kann ich gut? Das ist auch noch so eine Frage, die dazu gehört. Ja, nicht ganz unverständlich, ja. Wobei ja oft die Dinge, die man gerne macht, man eigentlich meistens, also nicht immer, aber meistens relativ gut drin ist. Das passt ja eigentlich schon. Was ist denn deiner Erfahrung nach häufiger, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, André, ich habe so viele Dinge, für die ich mich interessiere, ich kann mich nicht entscheiden. oder ich weiß nicht, was meine Leidenschaft überhaupt ist. Also was gibt, was kommt öfters vor, deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach? Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Also die Menschen, die sich schon damit beschäftigt haben, Dinge zu machen, die ihnen Freude machen, also und dass die sich getraut haben, dieser Passion zu folgen und sei es jetzt nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie halt gerne Skateboard fahren oder so oder dass sie gerne sich kreativ ausgelebt haben, die wissen dann eben auch, was sie, dass es noch viel mehr gibt. Die haben sich schon mal getraut, in die Richtung zu gehen und entdecken dann immer mehr. Das ist so ein bisschen wie dieses Prinzip, dass man sich irgendwo mit einer, also sagen wir mal, dass man anfängt, sich intensiver mit einer Sache vor sich zu beschäftigen und dann sieht man noch laute Aspekte, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und so habe ich das eigentlich auch immer wahrgenommen mit Klienten. Und wenn die jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, sondern ich habe einfach nur gemacht, was eben notwendig war, dann haben die auch meistens überhaupt keine Ahnung und können auch mit solchen Worten wie Leidenschaft oder Passion oder Know Your Why und solchen Sachen überhaupt nichts anfangen. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch an der Stelle ist immer wieder so, wo du halt Energie reingibst, dass du sagst, okay, in was investiere ich halt mehr Energie und dementsprechend bekommst du auch mehr daraus zurück. Ja, das ist ein schönes Resultat. Also wenn du dich mehr mit der Frage auseinandersetzt, was eigentlich deinen Stärken entspricht, was du gerne machst, dann bekommst du auch darauf mehr Antworten. Das ist übrigens richtig, ja. Wenn sich jetzt jemand nicht entscheiden kann oder besser gesagt andersrum, wenn du selber vor irgendwelchen Entscheidungen stehst, wo du sagst, irgendwie, weiß ich nicht, gehe ich jetzt rechts rum oder links rum, mache ich A oder B. Wie entscheidest du dich? Hast du so eine bestimmte Strategie, wie du Entscheidungen triffst? Ja, wir haben ja alle einen eingebauten inneren Kompass, sage ich immer dazu, also unsere Intuition und die ist erheblich weiser, als das unser Verstand ist. Es gibt ja so einen Vergleichswert, dass unser Verstand 40 Informationen pro Sekunde verarbeiten kann, eine wohl, also schon sehr beachtliche Leistung, 40 Informationen pro Sekunde, aber das Unterbewusstsein, wenn wir das in Zahlen ausdrücken, wären das 400 Milliarden, also eine wirklich unglaubliche Zahl, also vier Zentimeter im Vergleich zu 4000 Kilometern, also es ist wirklich eine unglaublich unfassbare Sache und diese Intuition hat eine Möglichkeit gefunden, mit uns zu kommunizieren, beziehungsweise die ist halt eingebaut in unseren Körper. Es gibt also so eine Art Landkarte der Emotionen, wenn man so möchte und denn Emotionen sind die Form, wie quasi das Unterbewusstsein mit uns kommuniziert, beziehungsweise eben diese Gefühle, die wir irgendwo in uns spüren und wenn man es schafft, das nach und nach auszubauen, dann kann man das verstärken und man kann diese Landkarte der Emotionen quasi deuten und kann auch verstehen, wie die Intuition, also diese unglaublichen vielen Informationen, mit uns reden und das ist eigentlich ein ganz schneller Entscheidungskompass, das heißt man, so kurz gefasst könnte man halt sagen, es ist einfach das gute Bauchgefühl, ja, aber man kann das im Prinzip sehr viel mehr präzisieren und kann im Prinzip mit dieser Intuition dann ganz erstaunliche Dinge anstellen, weil wie einfach so unglaublich viele Informationen verarbeitet und viel, viel mehr, als wir jemals im Verstand wüssten, das heißt man kann Entscheidungen halt sehr, sehr schnell treffen und eigentlich auch sehr treffsicher, in dem man sich eben im Prinzip mit sich selbst auseinandersetzt und dann weiß, okay, ah, das fühlt sich jetzt gut an, ja, so sage ich jetzt mal so ganz, weil wir haben nicht so viele gute Worte dafür oder das fühlt sich eben nicht so gut an oder auch, es fühlt sich eben hell an, weit, leicht oder es fühlt sich eben dunkel, eng und irgendwie schlecht an, energie raubend oder so, ja, das sind nämlich so die Sprachcodes des Unterbewusstseins, wenn man so will und auch eine super spannende Geschichte, die man im Prinzip im Alltagsleben sehr gut einsetzen kann. Okay, also das heißt, einfach mehr auf den Bauch hören, mal salopp ausgedrückt und der Bauch hat meistens dann schon die richtige Entscheidung. Genau, aber das ist auch so eine Sache, wenn man das nicht geübt hat, dann wird einem das vermutlich irgendwie spanisch vorkommen, das heißt, mit so ein paar Grundübungen, das ist eine von solchen Sachen, die ich auch gerne mache, um zu zeigen, dass wir halt sehr schnell da Dinge lernen können, ja, dass wir sehr schnell darauf hören können, dass man dann im Prinzip sagt, okay, wie fühlt sich jetzt das an, ja, wie fühlt sich zum Beispiel an, wenn du an Menschen denkst, wo du weißt, der mag dich gerade überhaupt nicht, ja, und vergleich das mal mit einem Menschen, wenn du sagst, okay, ich gehe ins Gefühl, wie fühlt sich jemand an, wenn ich sage, der mag mich, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder liebt mich vielleicht sogar. Das ist eine schöne Übung, die ich von einem meiner Mentoren gelernt habe und das hilft ja halt unglaublich, um zu sagen, ich erkenne den Unterschied sofort, ja, erkennt jeder Mensch und das ist so mal der Einstieg dort, um rein zu fühlen, wie fühlt sich es an, wenn deine Intuition dir sagt, äh, lieber nicht oder der Einstieg in, ah, das ist ja eigentlich schon die richtige Richtung, ja, und das ist so eine, so eine Beginnerübung, womit man eigentlich mal so den direkten Unterschied merkt, was auch jedem Mensch total logisch erscheint, ja, und auch ganz einfach ist im Gefühl und wenn man dann schafft, das Ganze auszubauen, dann geht es halt wirklich unheimlich schnell, dann, ob man dann links oder rechts nimmt, ähm, genau, das, das kann man dann also in Sekundenbruchteilen quasi entscheiden. Okay, das ist schon mal, äh, schon mal gut zu hören, okay, cool. Genau, und ich gebe vielleicht noch eine Sache mit, die man sagen kann, also, du kannst ganz schnell sagen, ähm, was mir immer geholfen hat, bei allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, im Nachhinein, um zu gucken, okay, war es eine gute Entscheidung und nicht so eine gute, es war immer das Gleiche, entweder es war von Anfang an eine, oh ja, das ist eine super Entscheidung, ja, ähm, hell yes Entscheidung oder eben, nein, war es nicht, ähm, dann ist es meistens auch nichts Gutes geworden. Das heißt, wenn es sich richtig, richtig gut anfühlt, so eine richtige, ja, das ist eine saugeile Idee, dann machen, ja, dann ist es eine gute Sache und wenn du irgendwie so das Gefühl hast, äh, so ganz geil ist das nicht, dann lass es lieber. Ja, das ist, äh, oft so, wo man sich im Nachhinein dann sagt, so von wegen, ah, irgendwie scheiße, ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl gehabt, aber habe ich nicht. ja, ich hatte drin. Ja, die Sicherheit, die Sicherheit. Ja, genau. Ja, ähm, jetzt gibt es dir aber auch mal so bestimmte Tage oder bestimmte Aufgaben, an denen mal irgendwie nichts klappt, selbst wenn man seiner Leidenschaft irgendwie mal nachgeht oder so, ähm, aber man, man funktioniert nicht richtig, man hat keinen Bock oder so, wie ist das denn bei dir, wenn du mal solche Tage hast, äh, oder vielleicht hast du sie auch gar nicht, das kann natürlich auch sein, dann verrate uns wie, aber wenn du mal solche Tage hast, wie bekommst du so deinen inneren Schweinehund in den Griff, wenn du mal echt keinen Bock hast auf irgendwas, aber es eigentlich doch sein müsste, dass es jetzt gemacht wird? Hm, also das ist wirklich eine gute Frage, weil tatsächlich habe ich das in der Form nicht mehr, äh, da habe ich gestern auch mit meiner Frau drüber gesprochen, und ich glaube, wir haben seit über, mittlerweile anderthalb oder zwei Jahren, also nicht einen Tag gehabt, wo du das Gefühl hattest, das war überhaupt nicht so, so toll, ne, also so, so richtig blöder Tag, es gibt natürlich Tage, wo ich mich auch nicht aufraffen kann, wo ich zum Beispiel merke, oh, heute bin ich zum Beispiel ein bisschen krank oder so, wenn ich jetzt mich nicht ausruhe, werde ich krank, ja, das gibt es auch, ähm, dann, ähm, muss dann halt runtergefahren werden, aber es gibt eigentlich nicht mehr so diesen Moment, wo du sagst, das muss unbedingt, warum, weil wir uns ja Zwänge selber schaffen, wenn du also irgendwie weißt, okay, du musst eben, mein Beispiel mit der Steuer, ja, aber ich weiß, okay, ich habe jetzt diese Deadline, um die abzugeben, dann muss ich das ja halt auch gemacht haben, so, und das habe ich jetzt gelernt, irgendwann im vorletzten Jahr oder so, dass ich das Ding einfach zwei Monate vorher anfange, ich mache das jetzt einfach acht Wochen vorher, so, und dann mache ich immer so ein bisschen, habe ich auch keinen Bock, ne, aber ich mache immer so ein bisschen, und dann komme ich, irgendwann kommst du da rein, ja, irgendwann denkst du so, ja gut, jetzt hast du Einnahmen, Ausgaben, Belege, bla, 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 und irgendwann hast du das dann alles, und, ähm, dann ist auch cool, ja, und ich habe aber auch nicht mehr diesen Stress, ich habe nicht mehr diesen Druck, ähm, und wir machen uns den ja immer selber, wir schieben die Deadlines nach hinten, also unsere Aufgaben nach hinten, wir sorgen dafür, dass Sachen nicht erledigt sind, ja, und dabei gibt es gar nicht so viele, wir sagen so, ähm, im Alltag so, es gibt immer wieder Sachen und tausend Dinge, aber eigentlich ist das gar nicht so, es gibt ein paar Sachen, die uns richtig Stress machen, und dann kann man eben auch hier nach Pareto gucken, welche 20 Prozent machen denn 80 Prozent des Ärgers bei dir, und das sind immer dieselben 20 Prozent, und das ist halt auch ganz, 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 ganz viel Zwischenmenschliches, liegt auch daran, wie das Gehirn gemacht ist, ne, wir sind eigentlich Rudelmenschen, und, haben wir immer Angst, aus dem Rudel ausgestoßen zu werden, und so weiter, wenn du also dich mit Menschen umgibst, oder einer, reicht ja schon, der dir diesen Stress macht, dieser Arbeitskollege, oder diese eine Sache, die dir immer wieder begegnet, dann ist das ein 80 Prozent des Stresses am Tag, und wenn du das schon beheben kannst, dann kannst du deine Lebensqualität massiv steigern, mit nur einer kleinen Investition quasi, oder da reinzugucken, und bei mir war das so ein Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, ich habe bestimmte Deadlines, an die muss ich mich halten, da gibt es so Leute, die haben da mehr Bestimmungskraft als ich, Behörden und andere Sachen, und dann muss ich die eben machen, und dann gucke ich halt, dass ich das zeitlich so hinkriege, dass ich mich wohl damit fühle, geht es mir erstmal nicht, die ersten zwei, drei Tage, aber dann sage ich so, so langsam komme ich rein, und dann geht es mir einfach immer wieder gut, bei dem Gedanken, dass ich sage, ich habe es erledigt, ich habe es irgendwie schon eher geschafft, oder ich habe auch noch Zeit, dass man sagt, ich schaffe es jetzt noch nicht so, aber mach nichts, ich kann es ja auch noch morgen, oder übermorgen machen, und das hat wirklich, das war echt ein krasser Game Changer, wo ich gemerkt habe, damit reduziert sich dieses Gefühl von, ich muss das unbedingt machen, und ich habe überhaupt keinen Bock massiv, ja, genau, weil es ist einfach, weil ich mir mehr Zeit gebe, mehr ist es gar nicht. Okay, also eigentlich ganz einfach, also zumindest hört es sich so einfach an. Das ist immer so, das ist immer so der Indikator, genau, möglichst einfach. Ja gut, klar, ich meine, das Einfachere, das Erfolgreiche ist immer einfach, da gibt es doch irgendwie so ein Zitat von irgendeinem hellen Köpfchen, der es mal gesagt hat. Das klingt gut, ja. Kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Kommen wir jetzt hier zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen, und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also nach Möglichkeit unter 10 Sekunden, sprich irgendwie nur ein, zwei Wörter oder ein halber Satz oder sowas, zu antworten. Bist du bereit? Bereit. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Das waren limitierende Glaubenssätze von Menschen meines Umfeldes, ja, damals. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Lebe so, dass du abends zufrieden einschlafen kannst. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Das ist mein Empathiegefühl, dass ich in der Lage bin, hineinzufühlen, was andere Leute für ein großes, großes, ein drängendes Problem haben. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Das kann ich dir nicht spontan sagen. Keine Ahnung. Das ist wirklich eine Frage, mit was du mich, also mit so einer Frage habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Okay. abgeben können vielleicht, dass ich mir auch mal abgeben kann, wenn ich alles selber machen will. Okay, wichtiger Punkt, ja. Okay, was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Das Einsehen, dass man Dinge auslagert und quasi Mitarbeiter hat für einzelne Aspekte. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Das ist einmal Canva.com, weil man da sofort und unheimlich schnell Bilder erstellen kann, ohne Bildbearbeitungsprogramm. Und das ist Pinterest, eine unglaublichere Suchmaschine für neue Ideen und auch um neue Kunden besser kennenzulernen. Wenn du uns nur ein Buch empfehlen würdest, welches wäre das? Worum geht es darin? Was ist das Besondere an diesem Buch? Das ist Robin und das positive Fühlen von Bodo Delitz, eigentlich AKLA Kensington. Und das ist die sympathischste Form, wie man über Hirnforschung schreiben kann und über Glücksforschung, die ich kenne, nämlich in Romanform und in Form von einer Liebesgeschichte. Okay. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabber runterladen. tomstalktime.com slash audiobooks. André, die letzte Frage unserer Blitzlichtrunde ist sicherlich die verrückteste. Stell dir mal vor, du wachst morgen in einer neuen Welt auf. Die ist absolut identisch mit der Erde, aber du kennst niemanden dort persönlich. Du hast aber nach wie vor all deine Erfahrungen und dein Wissen, was du jetzt hier und heute auch hast. Für Unterkunft und Essen ist für sieben Tage gesorgt und du bekommst noch ein Laptop und 500 Euro zur Verfügung. Wie würdest du innerhalb der nächsten sieben Tage ein Business aufbauen und was wäre das für eins? Da darf ich länger als zehn Sekunden antworten, oder? Da kriegst du sogar eine Minute. Okay. Gut, dann starten wir mal. Also Tag 1 würde ich nur nutzen, um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich würde also überlegen, was mache ich gerne? Ich mache so eine Liste. Was kann ich? Womit beschäftige ich mich? Was macht mir Freude? Tag 2. Ich würde mich umschauen, würde gucken, was in meinem Umfeld wird gebraucht. Was sind Menschen in meiner Umgebung? Wo ist deren größtes Problem? Was erzählen die mir? Was machen die sich für Sorgen, für Gedanken? Tag 3. Ich überlege mir, wo meine Stärke ist, ja, die Liste, die ich am ersten Tag gemacht habe und gucke, was ist das, was gebraucht wird und schaue, was deckt sich, ja, wo habe ich im Prinzip eine Deckung, ja, zwischen beiden. Tag 4. Ich versuche den Leuten genau, was ich herausgefunden habe, also ich kann zum Beispiel gut beim Abnehmen helfen, das macht mir irgendwie Freude, habe ich festgestellt oder ich kann gut, weiß ich nicht, meditieren und ich finde jemanden, der das braucht, ja, ich gucke quasi, dass ich mit den Menschen, die in meiner Umgebung sind, denen das anbiete, ja. Tag 5. Ich biete ihnen an, was ich glaube, was sie halt unbedingt haben wollen, gebe auch meine ersten 100 Euro für Marketingbudget aus und sage ihnen, hey, das ist doch genau das, was du brauchst, ja, und scheitere am Abend, weil ich nämlich völlig daneben lag. Tag 6. Ich verarbeite, was ich falsch gemacht habe an Tag 5, weil ich nämlich völlig daneben gelegen habe und gar nicht das gemacht habe, was die Leute haben wollen, das ist nämlich immer so an dem Tag und Tag 7. Ich benutze die Erkenntnisse, um ein besseres Produkt an den Markt zu bringen, um den Leuten wirklich das zu geben, was sie auch haben möchten und nicht, was ich glaube, was sie haben wollen, was aber gleichzeitig meinen eigenen Stärken und Wünschen entspricht. Okay, das ist mal eine ziemlich gut durchstrukturierte Woche. Ja, dank dir für den Einblick oder für deinen Lösungsansatz. Richtig, richtig cool. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so eine ausführliche Beschreibung von dieser Woche bekommen habe. Das ist, glaube ich, nicht schon eine Zeit lang her. Ja, also richtig cool. André, ja, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Storys waren echt cool, sehr inspirierende Sachen halt mit dabei. Gib unserer Podcast Kate Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf den Weg und dann sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Oh, das ist ganz einfach. Einfach über meine Webseite andre-töne.com und da gibt es alle anderen Sachen auch noch, zum Beispiel meinen Podcast. Das ist wichtig, natürlich. Wobei wir das natürlich auch alles verlinken, also hier dein Podcast und ich glaube, das ist auch ein YouTube-Kanal, hast du, glaube ich, auch, ne? Genau, genau. Genau, das verlinken wir natürlich auch alles noch mit den Shownotes. Einen letzten Tipp von dir brauchen wir noch. Mhm. Einen letzten Tipp, um sich wirklich zufriedener und glücklicher und wohler zu fühlen, das ist das, was ich immer wieder hier angebracht habe und das, was man vielleicht auch gemerkt hat. Beschäftige dich mit den Dingen, wo du hin möchtest, nicht mit den Dingen, die du vermeiden möchtest. Also guck wirklich, was möchte ich erreichen und was kann ich dann tun, um genau das Ziel zu bekommen, weil das, womit du dich beschäftigst, wird mehr, das, was du fütterst, wird quasi größer und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag, den man mir mal gegeben hat und der ist unglaublich wertvoll. Okay, der ist sehr genial. Also kann ich auch absolut so unterschreiben. Podcast Nation und du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episoden-Nummer 486, also 486 oder den Namen André Lionel Töne in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview oder wenn du die Infos direkt auf dem Handy haben willst, dann schick uns einfach eine SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz mit dem Wort tom, der Nummer 486 und deine E-Mail-Adresse an die 7, dreimal die 1 und die 7, also einfach SMS, das Wort tom, die Nummer 486 und deine E-Mail-Adresse an die 7, dreimal die 1 und die 7 schicken und du bekommst sofort die Infos zum Interview mit allen Links in den Shownotes und so weiter auf dein Handy und per E-Mail zugeschickt. André, bei dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich drauf, wenn wir uns mal irgendwann auf dieser schönen Welt an einem sonnigen Strand irgendwo im echten Leben treffen. Freut mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Danke, dass du hier warst. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast-Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denk immer dran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom. Ciao, dein Tom Projects und running bis zum bis zum bis zum bis zum es nobody bei